ja herzlich willkommen hier bei der wasser über den kopf challenge von mr blues wir sind ja nominiert worden jetzt wollen wir es noch machen wir haben ja gut verdient unsere vierte cd ist ja 20.000 mal im internet gelaufen und da haben wir 100 euro für gekriegt und die hauen wir jetzt im pott dann tilde sagte immer mit essen aß man nicht und wasser verplört man nicht können andere leute nämlich besser brauchen deswegen spenden wir die hälfte unserer einnahmen und aus dem internet für die äthiopienhilfe in steinheim denn die bauern brunnen die gucken nach wasser und die andere hälfte unserer einnahmen geht an die deutsche gesellschaft für muskelerkrankungen tut gutes spendet unter dem hashtag in den nächsten 24 stunden tue gutes und gibt euch nicht sinnlos wasser und denkt dran ne aufpassen sowieso ja so das war's ja das war's ja komm jetzt tschüss